Wir haben nichts Unrechtes getan. Jeder andere hätte genauso gehandelt. Es ist vorbei, Schatz. Sie kommt nicht wieder zurück. Woher weißt du das? Hast du schon mal so was Unheimliches gesehen, dass du es unbedingt jemand anderem zeigen musstest? Hey. Hey. Ich möchte dir was zeigen. Die Polizei hat eine Leiche gefunden. Der Junge lag im Wohnzimmer vor dem Fernseher, tot. Das Video, hast du es dir angesehen? Sie reden immerzu von seinem Gesicht. Ich habe dich gefunden. Ihr Name ist Samara. Man hat sie in einen Brunnen geworfen, um sie dort sterben zu lassen. Aber sie ist nicht gestorben. Was passiert da? Ich weiß, das hört sich völlig verrückt an. Sie will er sein. Willst du nicht lieber schlafen, Schatz? Du musstest es zurückschicken. Aiden! Mich haben sie daran gehindert. Mach die Tür auf, Schatz! Rachel nicht! Lass dich nicht daran hindern. Ich muss dir etwas zeigen. Rachel! Warum tut sie das? Du warst es. Was habe ich getan? Du hast die Toten reingelassen. Lass sie in Ruhe! Ich habe dich lieb, Mami. Ja, aber ich meine. Breura! Er ist glücklich. Sie synchronous also rauskinst.